Hallo zusammen, ich möchte euch nun zeigen, wie ihr Artikel unseres Projekts reviewen könnt. Das Review findet ihr immer am Ende der Seite. Hier ist aufgelistet, welche Benutzer wann ein Artikel Korrektur gelesen haben. Und nachdem sie dies getan haben, haben sie ihre Unterschrift drunter gesetzt. Das ist ein guter Anhaltspunkt für uns, welche Artikel schon häufig von anderen Korrektur gelesen wurden. Je größer diese Liste ist und je aktueller dieses Korrekturlesen ist, desto mehr wissen wir, okay, diesen Artikel brauchen wir uns, wenn wir in eine Druckversion gehen, nicht nochmal einmal konkret anschauen. Und wir würden dann entsprechend unsere Kapazitäten bei anderen Artikeln einsetzen, die noch nicht so häufig Korrektur gelesen wurden. Wenn ihr eine Seite reviewen wollt, beziehungsweise wenn ihr eure Unterschrift dafür runtersetzen wollt, dann geht ihr am besten zum letzten Abschnitt, geht auf Quelltext bearbeiten und scrollt dann runter dort, wo ihr über eine Vorlage den Footer einbindet. Dort findet ihr den Parameter überprüft und hier in dem Parameter überprüft müsst ihr einen neuen Eintrag vornehmen. Dies macht ihr, indem ihr hier am Anfang das Asterix benutzt und dann vier Tilden schreibt. Nun könnt ihr das Ganze speichern. In der Zusammenfassung gebe ich entsprechend an, dass ich hier das Review ergänzt habe. Und ihr klickt auf Veröffentlichen. Mein Review ist nun gespeichert. Ihr seht, dass zu meiner aktuellen Zeit und mein Benutzername hier angegeben ist. Ihr könnt auch gerne eure Reviews ergänzen. Wenn ihr beispielsweise vor einigen Jahren schon einen Artikel reviewt habt, der sich aber in der Zwischenzeit geändert hat, dann lohnt es sich, diesen nochmal zu reviewen und nochmal einen zusätzlichen Kommentar unten anzugeben. Ich möchte euch nun zeigen, wie ihr Artikel reviewen könnt, wenn ihr entsprechend der Erste seid. Ich habe hier einen neuen Artikel, der erst vor kurzer Zeit entstanden ist, das Epson und Delta Kriterium. Auch dieses habe ich schon Korrektur gelesen und möchte nun ein Review ergänzen. Ich gehe genauso wie beim letzten Artikel auch zum letzten Abschnitt, weil ich möchte nur den Footer ergänzen. Den findet man ganz am Ende des Artikels. Scroll nach ganz unten und sehe hier den eingebundenen Footer. Ich muss nun den Parameter überprüft ergänzen und füge hier genau wie das letzte Mal auch meine Unterschrift ein als einen neuen Eintrag in einer Liste. Schauen wir uns zunächst einmal an, ob das Ganze hier funktioniert hat. Ich gehe in den Vorschau-Modus, scroll nach ganz unten, schaue mir also hier den eingebundenen Footer an und sehe, ja, mein Review wurde erfolgreich gespeichert. Also kann ich entsprechend eine Zusammenfassung schreiben und das Ganze speichern. Ihr seht also, wie ihr Artikel von unserem Projekt reviewen könnt. Wie ihr wisst, ist bei uns die Maxime, dass jeder alle Änderungen, die ihm einfallen oder die er als positive Änderungen eines Artikels in Betracht zieht, der sollte diese Änderungen selbstständig direkt durchführen. All eure Änderungen werden von der Community kontrolliert. Das heißt, ihr könnt auch durch eine Änderung nichts kaputt machen. Und sobald ihr einen Artikel durchgelesen habt und euch ist nichts weiteres aufgefallen, setzt einen Review-Kommentar. Dadurch wissen wir, dass ihr diesen Artikel in Gänze schon einmal Korrektur gelesen habt. Wie wird es? Wie wird es? Wie geht es? Vielen Dank.